Hier präsentieren wir die 5 besten Vakuumierbeutel-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Caso Profi Folienbeutel. Die Qualität des Vakuum-Sicherungsfilms ist besonders wichtig, damit jedes Kleinigkeiten frisch und sehr lange geschlossen bleibt. Die einzigartigen Caso Staubsaugerfolien werden mit einer Rippenstruktur für ein Optimum und auch Vakuum geliefert. Mineralien und Vitamine bleiben erhalten. Das Produkt der Caso Spezialfolien ist BPA-frei und extrem stark und reißfest weltliche Dichte ca. 160 Meter. Nummer 4. Bonsenkittchen Vakuumrollen 2 Rollen. Bonsenkittchen Vakuumrollen haben speziell etablierte Kanäle, die den Sauerstoff eliminieren, die Feuchtigkeit in ihrem Essen halten sowie eine undurchlässige Barriere entwickeln, die den Geschmack einschränkt und vor Verschwendung und Kühlschrankgefrierschmelze schützt. Das Bonsenkittchen Vakuum-Dichtmittel ist mit allen bedeutenden Magennamen von Vakuum-Versiegelern kompatibel. Sie können eine kleine Rolle Staubsaugerfilm in speziellen Abmessungen in ein paar Sekunden erstellen. Professionelle Gefrierbeutel sind eine gute Hilfe für Ihre gesunde Ernährung planen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Gusto Vak Premium Vakuumbeutel. Die Versiegelung in Vakuum-Dichtungsfolie verlängert die Haltbarkeit von Lebensmitteln erheblich und bewahrt Mineralstoffe und Vitamine. Unsere Staubsaugerbeutel passen für den Dampfofen bis 70, für die Mikrowelle und auch zum Einfrieren, so sind sie im Kochbereich einwandfrei versorgt. Nummer 2. Bonsenkittchen Profi Vakuumbeutel. Die Bonsenkittchen Vakuumbeutel können Mikrowellen vereist, recycelt, gewaschen, gekocht sowie in der Spülscheibe gereinigt werden. So können Sie Ihre Temperatur der Lebensmittelzubereitung präzise regulieren, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Sie können Sysfide-Lebensmittel in Bonsenkittchen-Staubsaugerbeuteln zubereiten, indem Sie sie in Wasser bei Temperaturen bis zu 110 C230 F sättigen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Kuli Vak 2 Vakuumrollen. Genießen Sie Essen für längere Zeit, Koch im Voraus, erwerben Sie im Voraus von Sonderangeboten und größeren Mengen, verbessern Sie Ihre Vielseitigkeit und sparen Sie Zeit. Verwöhnen bieten Sie Ihren Haushalt mit hausgemachten Lebensmitteln, erhalten Sie Vitamine, Mineralienaromen aus Ihrem Hof, Ernte oder frischen Kauf. Marinade unter Staubsauger für ein tolles Grillerlebnis. Die Verwendung von Staubsaugerversiegelungsmitteln in Ihrem Küchenbereich ermöglicht Ihnen dies und vieles mehr. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.